Locker und leicht, glatte Flächen aus dem Handgelenk. Alligator Leichtspachtelgrob LEF – der Klassiker im Einsatz. Mit dem pastösen Alligator Leichtspachtelgrob ist man im Vergleich zu Pulvermaterial immer einen Schritt voraus. Leichter Transport, saubere Baustelle, kein Anrühren, keine Topfzeit und kein tägliches Reinigen von Maschinenausrüstungen. Mit dem Klassiker Alligator Leichtspachtelgrob ist die Verarbeitung mit einem Airless- oder Fördergerät auf mittleren und großen Flächen schnell und einfach durchführbar. Durch die Leichtfüllstoffe und die hohe Füllkraft ist der Alligator Leichtspachtelgrob leicht zu glätten und auch in höheren Schichtstärken bis zu 6 mm zu verarbeiten. Das gilt für Decken ebenso wie für Wände. Besonders glatte Flächen erzielt man mit der flexiblen Doppelblattglättekelle. Mit dem bewährten Flächenrakel gelingt dies genauso gut. Armieren statt Mehrfachspachteln ist das optimal aufeinander abgestimmte System mit Leichtspachtelgrob und Spachtelvlies. Bei Untergründen, auf denen mit herkömmlichen Spachtelmassen eine zweimalige Spachtelung erforderlich ist, reicht hier die einmalige Beschichtung und System. Das Alligator Spachtelvlies wird dabei in die nasse durchgekämmte Spachtelschicht eingelegt. Im Nahtbereich wird die Spachtelmasse horizontal durchgezogen. Für die ideale Verarbeitung des Vlieses verwendet man am besten eine Venetianerkelle. Die Fließbahnen werden mit Doppelnahtschicht verlegt. Das Ergebnis ist eine perfekte Fläche. Für kleine Flächen, ganz ohne Rüstzeiten, ist der Alligator Leichtspachtelgrob hervorragend mit der Kelle aufzutragen. Durch die besondere Zusammensetzung entfallen staubintensive Schleifarbeiten. Einfach die Flächen nach der Trocknung mit Alligator Tiefgrund LEF nässen und Filzen. Das Ergebnis ist eine absolut glatte und grundierte Fläche. Leichtspachtelgrob LEF Der Klassiker in der Maschinenverarbeitung, Fließeinbettung, Kellenverarbeitung. Die Vorteile von Alligator Leichtspachtelgrob LEF liegen auf der Hand. Hohe Füllkraft, pastös und verarbeitungsfertig. Geringes Gewicht. Rissfreies Auftrocknen bis 6 mm Schichtstärke. Ihr Nutzen auf einen Blick, leichter Transport und leichte Verarbeitung, hohe Wirtschaftlichkeit durch Zeitersparnis, glatte Flächen ohne Schleifen.